Hallo liebe Leute, ich zeige euch heute Rudolf Kick'n'Fly, dann gehen wir mal in die Option, ist auch von Donut Games, wie so, dann gehen wir mal in den Zaun, können wir ausmachen, den globalen Online Highscore, die Credits, wer das Spiel gemacht hat, ist es wie bei Jungle Quest Ethents von Donut Games und ist auch so ein bisschen gleich aufgebaut, nur in einem anderen Stil. Machen wir mal die erste Rate, also ihr seid dieser Weihnachtsmann und dieser H furzt euch an, dann fliegt ihr schon auf einer geraden Bahn und müsst immer die Teile hier einsammeln, hier steht euer Score, wie viel ihr braucht, 46, wir haben im Moment 0, dann fangen wir hier auch mal an, so, das wird immer alles einsammeln, hier sehen wir schon wie viel wir haben, wir haben im Moment 30, Ah, ich glaube, das wird nichts, oder, das könnte, doch, das wird vielleicht noch was, ah ne, wir haben leider nur 3 und 4 geschafft, aber ihr könnt es nochmal probieren, so, es geht das ganze Sprieprinzip auch schon weiter, So, ihr müsst halt immer diese Teile einsammeln, und so kommt es halt immer weiter, ich finde, das Spiel macht sehr viel Spaß, für kostenlos könnt ihr ja jeder mal von euch reinschauen, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, Ah, das hatten wir jetzt aber auch fast gehabt, probieren wir das letzte Mal, so, ah, das nenne ich doch mal einen guten Start, Ja, das haben wir auch, glaube ich, gleich geschafft, sieht sehr gut aus, Und jetzt halt hier noch ein bisschen herum testen, wie viel ihr so ungefähr braucht, so, können wir ihn auch noch anzupfen, an Furz, was wir jetzt zum Beispiel brauchen, ja, jetzt haben wir die geschafft, wenn sie wollten, ergeben eure Furzleben, Jetzt haben wir auch die erste Stage geschafft, so, jetzt gehen wir mal die zweite, Ah, die habe ich leider, glaube ich, schon nicht, ah, doch, die habe ich schon freigeschaltet, Machen wir jetzt gleich jetzt hier, so, Es gibt, ihr dürft halt nie in den Schneemängern hereinfallen, weil dann stoppt ihr, Die werden wir auch gleich, glaube ich, begegnen, So, ah, der Start sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, So, Ah, jetzt sind wir auch, glaube ich, gleich, Ah, das können wir mit, ja, wir haben es geschafft, noch gerade so mit Glück, haben wir die zweite Stage bestanden, So, haben sogar 1,40, Hm, das ist nämlich doch mal gar nicht mal so schlecht, Ja, der rollt noch, er rollt, Oh ja, Da hat Donald Game sich echt was Gutes einfallen lassen, Ich finde auch sehr viele Spiele von Donald Game sehr gut, Die machen echt hervorragende und gute kostenlose Spiele, Oh, jetzt haben wir ja auch schon 6. Spiel, So, Ah, jetzt haben wir es geschafft, Jetzt gehen wir mal an die dritte Stage, Hier, Hier, Die dritte, So, Fangen wir mal schön an, Ah, ihr habt jetzt den Schlimmern gesehen, Den müsst ihr halt versuchen zu vermeiden, Ich hoffe, ihn draufkommt, Die Welt finde ich schön, Da kann man richtig viel abrollen, Aber dafür brauchen wir auch sehr viel, Wir brauchen 68, Ah, wir haben es perfekt geschafft, 68, Ah, wir wollen gestoppt, Deswegen müssen wir es normal machen, So, Ja, Dann hier hoch, Ah, jetzt wollen wir auch wieder gestoppt, Noch ein letztes Mal, Ich will euch das nochmal zeigen, Ja, Dann hier nochmal schön, So, Hier hoch, Auf den Pilz, Dann nackt man, Zack, Ah, der Start war jetzt nicht so gut, Zack, Hier hoch, Dann immer da, Ich finde es macht sehr, sehr viel Spaß, Könnt ihr euch hier mal reinschauen, Das war es auch heute wieder, mit meinen neuen App, Ich hoffe es hat euch gefallen, Wie immer, Abonniert mich, Kommentiert mich, Und, Ciao!